Ja, das ist Kunst. Aber hey, das ist nur ne Theorie, ne Pong-Theorie, duuude. Ich will das sehen, ich will das in einem Video sehen. Ich bin, wir sind hier in China, da können wir ja noch gut viel mit reifen. Ja! 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 Hallo! Ja! Ja! Ahah later! Ahahahah! Wir sind ja hier in China. Da können wir Goofy auch noch reinmachen. Ah, ha! So musky. Drools all over your cock. Oh nein. Hör auf, Haru. Hör auf. Ja, der Clip kam schon. Hör auf. Haru, hör auf. Bitte. Hör auf. Haru, hör auf. Bitte. Hör auf. Schuck, schuckls on your tip so good mix free of your cock. Hör auf. Hör auf. Haru. Bin ich... Bin ich blind? Überseh ich hier was? Das ist nicht so, wie Physik funktioniert. Ja, Lincoln hat es endlich geschafft. She found pain and pleasure and pain. Hinter dem Auge von Glutko liegt der Schrein von Korridal. Ich, armer Kerl, bin fast am Verhungern. Schmeckt wie ein Leider. Vielleicht sollte ich mir noch einen Hafen gönnen. Was zur Hölle? Was zur Hölle? No, no. I don't want to. No, no. Ich, armer Kerl, bin fast am Verhunger, 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 bin fast am Verhunger. Also, what's that thing? Impressed? I increased the height of my sink. Now I can fit more bones under it. Take a look-see. No! It's the dog again! Catch that meddling canine! Curses! 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 Er kam raus und war. Fuck, ich muss was trinken. Coincidental music! Ich kann nicht mehr. A classic image. It always reminds me of what's important in life. Bones? The door is locked. Warum kommt da weird spunkly-funkly raus? That's my room. If you finish looking around, we could go in and do whatever people do when they date. The door is locked. The door is locked. The door is locked. When Zombies einen beißen, wird man doch selbst zu einem Zombie, ne? Ja. Was ist, wenn ein Zombie mit einem Sex hat? So eine Frage. Ich glaube, das würde ein Schlag dauer, weil die würde einfach auch mal abfallen, ne? Dabei. Jetzt mal ignorieren, dass der abfällt. Machen wir mal ein Gedankenexperiment, ne? Roman wird jetzt von einem Zombie gebissen, ne? Mhm. Und Roman ist also noch nicht verwesend. Er ist jetzt einfach nur ein Zombie. Und dann hat er Sex mit irgendeiner jungen Dame. Als Zombie. Wird dann die Frau ein Zombie. Schuhe sind unnötig. Wenn ich Schuhe anhabe, dann, dann kann ich keine, 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 dann sieht keiner meine Söckchen, niemand sieht meine Füße, und Foodjobs tun weh. Ich streame ab jetzt nur noch ohne Schuhe. Was? Jawoll! Klopapier auf die Liste! Und Taschentücher, danke! Ich hab damals bei *** den Wecker für 3 Uhr nachts gestellt. Alles dann funktioniert! Klopapier auf der Einkaufsliste! Ey, damit kann man nie was falsch machen. Stellt euch vor, die Pandemie wird jetzt noch mal richtig schlimm sein, hm? The Dream Forest... von... ...Bandland. Oh! Taurazan! Hey, friend! Could you help me out a little? Ja klar hier! Gönn dir! I'll never forget your help! Take this back! Er hat mir seinen Samen gegeben, als Dankeschön! Perfekt! Und Adrenalin pumpt! Ooooooooowww! Steam hat den Update? Okay, ich dachte schon, Dara Ronpa. Bekommt Steam nicht irgendwie jeden Tag ein Update? Da war grad mein Desktop ganz kurz! Ja, das hab ich gesehen. Was? Was ist passiert? Der Hund absorbt den Arteffekt. Was? Was? Taktisch ist es noch immer feucht und ich habe jetzt Angst, warum? Ist das vielleicht eine neue Juri? Es kommt jetzt jede Woche eine neue Juri. Die neue Juri-Leiche ist da mit tollen Extras. Alle 14 Tage neu. Panik? Panik? Ich bin hier. Oder wo bist du? I'll be there for you. Kann bitte jemand das Friends Opening mit Roman und dem Villager machen? Oh nein. 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 Ich wollte gerade sagen T-Poster, aber nee, der ist einfach nur fett. Was? Das muss ich in die Zitate schreiben. Wer macht das? Kein Ding. Ich möchte ein Kind von mir. Lack und Leder, Mickey, war aber badass. Lack und Leder, warum muss? Nein! Haha, Mini, du warst heute unartig. Oh, Junge! Scheiße! Ja. Hallo T-Cup! Hey T-Cup! Gefällst du hier? Ich bin schon wieder blind! Erlaubst du dich an der Schadenfreude? Oh, fick doch deine dreckige Mutter! Alter! Entspann dich! Ja! Den haben wir! Oh, da habe ich mir gleich zwei, drei geschnitten! Ich habe gerade drei Gegner auf einmal durchgeschnitten! Leute! 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 Oh mein Gott, ich liebe es! Hi! Welcome to Tamvillik! Hi! I'm Temmie! And this is my friend Temmie! Hi! I'm Temmie! And this is my friend Temmie! Hi! I'm Temmie! Don't forget my friend! Hi! I'm Bob! Hi, you should check out Temm Shop! Yay, I agreeatsuchesämtschum. Oh, 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 oh No, yes, no, no. Ja, ja, no, no... Ja, ja, no, no... Ja, no, no... Ja, no, no, no... Ja, no... No, no, no... Ja, no... No, 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 ja, no... No, no, no No, no No, no We aren't fucking anymore Without your dick Let's go and make a child We used to be fuck buddies But now you are not I wish you would just Fuck me Do you wanna make a baby? Oh, Halloween Town wäre Genauso wie Ariel Und du musst einfach Musik spielen Oh mein Gott, das Timing Jawohl Ich mach endlich Schaden Really? Liebe mich Ich sag dir Liebe mich Liebe mich Liebe mich Du Fotze Liebe mich Liebe mich Yes Buchstaben Benus Benus Doppelbenus Benus ist ab jetzt das Ende vom Satz Yo, Nana, was machst du denn da? Benus Yo, einfach ein Diebdeb hingelegt, Bruder Bombe, Premium Absolut Bombe, der Kerl Kannst du das screenshotten? Mach ich Ich möchte ästhetisch sein heute Ich möchte ästhetisch sein heute Das merke ich mir Hä? Oh, das sind keine Bombendinger Das sind Magnesis Das ist eine Magnesiskiste Außerdem ist das ein sehr schöner antiker Penis Soll nochmal einer sagen, die Chica haben keinen Humor Wie gar nicht eigentlich Also, mich stört sie eigentlich nur in Räumen, wo es eh schon stickig ist Weniger Pupsen Aber jetzt ist sie im Laden Ich sag weniger Pupsen und es kommt ein Es kommt ein Follow rein mit nem Pups Danke Bulmati für dein Follow Genau zum richtigen Moment, danke sehr Willkommen bei den Little Demons Habt ihr gestern auf Twitter mitbekommen? Ich hab nen Spritz Spritz Ich hab nen Spritz Habt ihr gestern mitbekommen? Ich hab auf Twitter nen Spritz Warte mal Warte mal Jonas Was denn? Wenn wir jetzt noch Pride Land ba- Jonas Dieses große Ding Jonas Ja Wir spielen heute Kingdom Hearts 2 durch Ernsthaft? Ja Ja Es ist doch schon 13.30 Uhr Frausen hat Spätschicht Und wir haben heute drei Stunden geschlafen nachmittags Wir ballern Der Stream geht dreieinhalb Stunden schon Der Stream geht dann halt vier Stunden oder so Du spielst das Spiel nicht in der nächsten halben Stunde durch Fünf Stunden Ja Schon eher Da Verreckt mit deinem Scheißbogen Ich sagte Verreckt mit deinem Scheißbogen Verreckt hab ich gesagt Ah Der ist weiß Ich hasse Weiße Clip das sich out of context Ja 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 Ich hab's doch Schwarze gesagt Ja Nicht eben noch andersrum Und jetzt ist das Zuhause auch noch kaputt Also noch ein Platz Das Manga Girl damals Wer war das eigentlich? Das war ich Achso Alter Manga Girl ich mach nochmal Ausnahme Du hast mir jetzt 1,69 gegeben Alter ich mach Ausnahme Aber morgen schlag ich dich auf Pausen hoch und prügel weich Voila Ja 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 Das ist klapp wie lustig Danke. Okay, das ist gut. Das ist echt gut. Erster Abschnitt getüdelt. Und es erigiert sich ein gigantischer Pimmel. Ist das ein Schrein? Wer hat einen langen... Der hat einen richtig langen... Warum hat der so einen langen... Undertale. Ähm. Ähm. Und... Undertale. Undertale? Undertale! Undertale. Undertale. Tim. Undertale, Tim. Face. Naja, naja. Das ist Maggi Fix für Final Fantasy 7. Und dann hat er irgendwie eine Lasagne draus gemacht. Das ist eine gute Metapher. Maggi Fix für Final Fantasy 7. Ja, und dann hat er eine Lasagne draus gemacht. Obwohl es eigentlich für Fick-Schnitzel war. Und dann hat er eine Lauf-Fall-Fall-Fall-Fall-Fall-Fall-Fall-Fall-Fall-Fall-Fall. Hallo, ich will dich töten. Hi, Boss. Ja, ich watch out for that sword. Einfach drauf. Einfach drauf. Einfach drauf ömmeln. Einfach drauf ömmeln. Oh, oh, okay. Phase 2. Phase 2. Okay. Ich war verwirrt. Ich habe gedacht, ich habe den jetzt gewohnschottet. Phase 2? Es ist ein Defensiv-Mechanismus. Nein. Okay, es ist kein Defensiv. Es muss damit zu tun, dass wenn man die Schafe schert, dass die sich gewaltig dagegen wehren? Nein. Mit Waffen. Das ist ja noch gemein. Mit Waffen! Kommt so das Schaf an! Digga, ich habe ein Messer. Ich schlag dich Frithof und mach dich Messer. Wow. Stein, stramme Mussel. Wow. Das Fisch fühlt es definitiv. Das Fisch fühlt es definitiv. Was auch immer es fühlt, es fühlt es definitiv. Oh, er gibt ihm den guten Sack. Boah, ich will auch eine Auron-Action-Figur. Und die anderen drei. Verstanden. Jetzt die neue Auron-Action-Figur. Das ist Meisterhahn. Mit Sack-Funktion. Gut. Jetzt geh. Kontrolliere deine Freunde mit der Auron-Action-Figur. Nur echt von Band-Eye. Ich kontrolliere dir also. I said die. Please. Thank you. Warum bin ich ein Hohen geworden? Und. Boom. Ich finde das auch klasse, wenn man Pflaumenmann mal ins Gesicht guckt. Der Typ sieht aus, als hätte er keinen Bock. Der ist einfach so. Boah, nee ey. Schon wieder die Welt retten. Gar keinen Bock. Und mit dem, ich hoffe, ihr enjoyed dieses RTC special von Haru. Ich hätte eigentlich wollte ich ein bisschen intro für. Well, die intro. Aber ich habe das andere Ding. So, yeah. Ich hoffe, ihr enjoyed. Und weil ich weiß, Haru wird das. Oder, well, reagiert zu das. Ich möchte, wenn ich kann, wenn ich diese Partie von der Stream als ein separate Video. Because this is a little tradition for all of my RTC specials. And. Yeah. For everybody else. I leave the outro too well. A clip. Von Haru. So. Don't forget to. Glocke aktivieren, follow dalassen, Socken inhalieren, versuchen meine Strumpfhosen zu klauen. Liked das Ding, teilt das Ding und werft es eure Oma an den Kopf.